Was tust du, wenn dein Gesprächspartner auf einmal eine Pause macht? Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Attitüde TV. Heute möchte ich dir einen kleinen, aber ungemein wirkungsvollen Kommunikationstrick verraten, mit denen du in jedem Gespräch bessere Ergebnisse erzielen wirst. Es handelt sich um die Kunst der Pause. Eine solch bewusst eingesetzte Pause kann die Ergebnisse deiner Verhandlungen, deiner Verkaufsgespräche, deiner Bewerbungsgespräche oder sonstiger Kommunikation dramatisch verbessern. Denn was passiert im Normalfall? Du stellst deine Frage und dein Gegenüber antwortet. Meist mit etwas, was er sich überlegt hat, was er sich bewusst konstruiert hat oder was er denkt, dass du hören möchtest. Oftmals bleiben da aber die wirklich wichtigen Dinge auf der Strecke. Und im Normalfall würdest du nach dieser Antwort sofort die nächste Frage stellen oder auf das Argument eingehen und es für deine Argumentation benutzen. Mach doch beim nächsten Mal etwas anders. Veränder dich. Denn wenn die Antwort deines Gegenübers gekommen ist, machst du beim nächsten Mal einfach nichts. Du machst eine bewusst eingesetzte Pause. Und dadurch fühlt sich dein Gesprächspartner quasi verpflichtet, weiterzusprechen. Und er wird dir ganz, ganz häufig die Sachen verraten, die du wirklich hören möchtest. Die Sachen verraten, die tief in seinem Inneren schlummen und die das sind, was er wirklich sagen wollte, vorher aber leicht zurückgehalten hat. Probier es aus. Im nächsten Gespräch stellst du eine Frage, wartest die Antwort ab und dann machst du... eine Pause und die darf ruhig zwei, drei Sekunden lang sein. Halt die Stille aus und du wirst feststellen, dass dein Gesprächspartner definitiv der Erste ist, der antworten wird. In diesem Sinne, teil Attitüde TV mit deinen Freunden und lass mich wissen, wie du mit der Pause zurechtgekommen bist und welche Ergebnisse du erzielt hast. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, dein Ilya Greschkowitz. Zum Abschluss heute eine kleine Zusatzidee. Was hältst du davon, wenn du heute einfach mal so ohne Grund drei Leuten ein Kompliment machst? Und am besten fängst du gleich mit dir selber an.